So Leute, hi, also ich will dir eigentlich im Roof helfen und ich dachte eigentlich, ich mache hier einfach nur eine kleine Challenge und ich darf heute den ganzen Tag nicht Farbe Gelb, einfach nur überhaupt nicht anfassen Leute und ich wollte mich eigentlich mit meinen Freunden treffen und ich glaube, die sollten auf jeden Fall in der Eisdiele sein, okay, aber sie seht ja schon, das ist gelb auf jeden Fall, ich glaube, da muss ich auf jeden Fall einmal rüberspringen und okay, geschafft, äh, wunderschön, okay, jetzt gehe ich einfach nur so zu Eisdiele und ich knall das aber auf jeden Fall nichts Gelbes an und Oh mein Gott, wie seht ihr denn aus? What's up? Da bist du ja endlich! Bock auf ein gelbes Zitroneis? Ähm, ja, so wirklich Bock auf was Gelbes habe ich nicht unbedingt, ähm, setz dich, lol Setz dich doch zu mir! Äh, Leute, okay, 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 okay Musstet ihr heute alle gelb anziehen? Mir war heute nach gelb Ja, die ist immer nach was auch immer Mir auch! Boah, ich habe doch eine Challenge heute, Leute, oh mein Gott Komm, setz dich! Ja, ich glaube, ich kann mich eigentlich hinsetzen, also, so theoretisch, ich bin einfach nur dann nicht nah, so, okay Also, ich fasse auf jeden Fall nichts an Willst du ein Burger mit Käse? Oh, Käse nicht unbedingt heute eigentlich, äh, ich wollte, äh, ich glaube, ich muss das auflösen Ich glaube, ich muss auf jeden Fall sagen, dass ich eine Challenge habe heute Ey, Leute, ich habe heute eigentlich eine Challenge Ich darf heute Farbe Gelbs nicht anfassen, also wirklich gar nicht, gar, gar, gar nicht Komm, lass dich umarmen Ah, weg von mir, weg von mir, weg von mir Ich habe es doch gerade erst gesagt, ich, ich habe, ich darf nicht, ich darf euch nicht anfassen Ich kann doch euch nicht anfassen, ich habe eine Challenge Ich habe heute eine Challenge, oh mein Gott, das ist ja gelb Ach, lass mich doch in Ruhe Oh mein Gott, was sind, was seid ihr eigentlich für Freunde? Oh mein Gott, fass mich nicht an Bitte, bin, bewegt dich gar nicht Bewegt dich gar nicht Lust auf eine Banane? Willst du eine Banane? Die ignorieren mich doch wirklich Das kann doch wirklich nicht wahr sein, die ignorieren mich Wie krass ist das denn? Also eigentlich habe ich aber wirklich gesagt, dass ich keine Banane möchte Ich habe, ich möchte eigentlich gar nichts Gelbes haben Ich verscheide einfach nur nicht Warum? Warum könnt ihr es einfach nur nicht checken? Gute Vitamine Lul Ah, was ist das denn los? Ich kann doch einfach nur wirklich heute nichts Gelbes anfassen Nee, Leute, das, 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 das geht nicht Ich glaube, sie will lieber einen Apfel Lol, lol, lol Ja, einen Apfel vielleicht wäre doch gut Ja, Apfel wäre besser Wenn die schon eigentlich so lieb sind und mir wirklich einen Apfel geben Dann, äh, natürlich einen Apfel Also, das ist eine Banane Ein Vanilleeis, gefällig Nö, 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 nö Nicht anfassen, nicht nah zu mir kommen Vor allem nicht mit Gelb und vor allem nicht mit Vanilleeis Das ist nämlich auch Gelb Also Zitroneneis, verständlich, ist Gelb Aber Vanilleeis ist auch Gelb Schoko, Zitrone Ja, Schoko, Zitrone Schoko kann ich essen Zitrone nicht unbedingt Und eine Waffel Boah, ich, äh, ich kann nicht Ich kann einfach nur gar nichts mit diesen Leuten, ne Das sind, die sind wirklich Ich hab keine Ahnung Ehrlich gesagt Boah, ich, ich wollte mich eigentlich einfach nur mit euch treffen Und irgendwie seid ihr ja auf jeden Fall extrem Nö, nö, nervig Und, äh, ihr versteht einfach nur, dass ich, dass ich heute eine Challenge habe Ich hab's auf jeden Fall schon mal gesagt Und, äh, ihr versteht das einfach nur gar nicht Und wir sind einfach nur heute alle in Gelb angezogen Wie krass ist das denn? Okay, ich, ähm, ich würd nur sagen, ich geh einfach nur Egal Ja, let's go, ab zu dir Wollen wir zu mir nach Hause? Ja, okay Wenn's mit Eisdiele nicht klappt, dann okay Dann, 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 dann gehen wir einfach nur halt zu dir nach Hause Ja, es, es, es ist in Ordnung Ja, let's go Oh nein, das kann doch wirklich nicht wahr sein Hier mein Auto Ja, das ist, das merke ich gerade, dass es dein Auto ist Aber das ist auch noch gelb Das kann doch, oh mein Gott Oh nein, das ist auch noch ein, noch ein Auto Ähm, ja, schön Taxi da Ja, ja, Leute Ich denk mal eigentlich, ich brauch auf jeden Fall ein eigenes Auto Welches sollen wir nehmen? Ah, oh mein Gott Da sind doch noch mehr gelbe Autos Wie krass ist das denn? Ich kann doch wirklich keine gelbe Autos Ah, nein Fass mich doch nicht an Fass mich bloß nicht an Ich, ich darf, ich darf nicht mal hier durch diesen Strich eigentlich hingehen Also, das ist ja wirklich einfach nur Oh Gott Ja, schön, aber ich, ich kann das nicht fahren Ich kann das nicht fahren, Leute Wieso ich denn das denn fahren eigentlich? Das ist doch gelb Ich kann nicht fahren Dann fahr Fahrrad, lol Ja, dann, dann fahr ich halt Fahrrad Okay, hier mein Mofa Lass mich raten, dein Mofa ist auch gelb Ja, natürlich, alles klar Mhm Ne, möchte ich nicht Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön Möchte ich nicht Einfach nur gar nicht Boah, lass mich doch in Ruhe Dann fahr ich Ich fahr doch einfach nur alleine mit meinem Fahrrad Und das schaffe ich schon auf jeden Fall Okay, okay, warte Ich hab ein schwarzes Auto Okay Ja, okay Okay, und Oh, ein schwarzes Auto Oh, das ist aber nicht schwarz, ehrlich gesagt Oh, okay Okay, ich verstehe auf jeden Fall Was denn hier los? Okay, das ist auf jeden Fall nicht gelb Also Oh Gott, Leute, was seid ihr eigentlich? Okay Ja, dann kann ich auf jeden Fall mitfahren Und berühre ich dich? Ne, ich berühre dich nicht Nice, oder? Äh, ja, natürlich Natürlich ist es nice Ja, du musst ja wieder angeben, ne? Ich finde Es ist alles nice Wenn es nicht gelb ist Dann lass doch einfach nur nach Hause gehen Lass uns so Spielplatz fahren Aber warte Muss doch kurz in die Werkstatt In die Werkstatt? Okay Von mir aus Oh, nein, 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 nein Oh, nein, 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 nein Oh, nein, 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 nein Das kann ich nicht Das kann ich nicht Das ist gelb, Leute Das ist doch gelb Das ist schon wieder gelb Wie kann das denn sein? Was los? Ja, das ist wieder gelb Seht ihr das gerade nicht? Und dein Auto wurde auch schon wieder zu Ich kann das nicht fahren Steig ein Nein, 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 nein Nein Ich kann doch nicht Ich kann doch nicht Ich habe das schon hundertmal gesagt Ich kann nicht einsteigen Wenn das Auto gelb ist So wild Nein, Leute Ich kann das doch einfach nur nicht Lass uns einfach nur zu dir nach Hause gehen Und einfach nur Ich gehe doch einfach nur Ich kann aber nur gehen Oh, okay Oh, es ist pink Dann ist es in Ordnung Dann schaffe ich das auf jeden Fall Okay, ab auf den Spielplatz Alles gut Er ist in Ordnung Von mir aus Wenn es pink ist, dann ist es gut Okay, let's go Und der ist einfach nur eine Banale weiter Boah, was ist das Rosett? Waren sind diese Menschen so gelb? Äh, ehrlich gesagt Die waren doch eigentlich Und, oh, okay Alles klar Ein Spielplatz Okay, ist in Ordnung Ja, okay Dann kannst du eigentlich hier drauf Äh, ehrlich gesagt Habe ich wirklich gar keinen Bock gerade Vor allem Also hier ist auf jeden Fall nichts Gelbes Also deswegen kann ich Muss ich auch nichts benutzen Nicht berühren Das ist sehr gut Hey, wie seid ihr denn? Tja, Menschen halt Wir sind halt Menschen Lol Oh, ihr habt aber coole Farben an Äh, meinst ihr gerade gelb? Weil ich glaube Die ist auch gerade auch gelb angekleidet Joa Danke, du auch Äh, ja Schön Ich werde gar nicht gefragt Alles in Ordnung Also ich trage eigentlich auch schöne Farben Ne, also Lida ist auch doch eine schöne Farbe Und auf jeden Fall kein Gelb Was ich heute nicht berühren darf Sollen wir zu mir Playstation spielen? Joa Ja, von mir aus Joa Ich hole eben mein Auto Keine Sorge Boah, lass mich doch raten Boah, lass mich doch raten Dein Auto ist schon wieder gelb Kein gelbes Kein gelbes Okay, wenn es nicht gelb ist Dann ist es auf jeden Fall sehr gut Hoffen wir mal Hoffen wir mal Hoffen wir mal Auf jeden Fall darf ich nix gelbes Oh, okay Das sieht doch weiß aus Also weiß ist in Ordnung Weiß kann ich anpassen Weiß ist gut Okay So Jetzt bin ich auf jeden Fall hier drin Und hoffentlich wird das Auto nicht irgendwie auszusehen Wieder gelb oder so Okay Das Auto ist auf jeden Fall weiß Das ist sehr schön Aber ehrlich gesagt Oh mein Gott Du, äh Du kannst bitte aufhören Mit den ganzen gelben Sachen Ehrlich gesagt Ich glaube du Du fasst mich schon so So Fast Fast an hier Winter Oh, okay Okay, gut Aber jetzt muss ich auch irgendwie einsteigen Okay Ist auf jeden Fall nichts gelbes Und Oh, nicht dein Ernst Dein Haus ist gelb Ist dein Haus gelb Wirklich jetzt Wie findest du unser Haus Neiße Farbe vom Haus, Bro Wie cool ist denn das Haus Oh mein Gott Ich möchte einfach nur heulen Ich möchte einfach nur so langsam heulen Wie kann es das denn sein Das hier schon wieder ein Haus Was ist das denn Aber, okay Ich kann es Also theoretisch Also die Wände muss ich nicht unbedingt berühren eigentlich Kommt doch rein Die Farbe lieben wir Ja, das merke ich gerade Okay Also ehrlich gesagt Ich könnte reingehen Ja, okay Hier ist auf jeden Fall nichts gelbes Ich darf einfach nur die Wände nicht anfassen Das ist in Ordnung Oh, okay Und in diese Area kann ich auch nicht reingehen Oh mein Gott Das ist alles so anstrengend hier Und alles so gelb Und alles so Oh Ich kann doch gelb nicht anfassen Ich mag doch gelb eigentlich auch Aber ich kann das doch gerade nicht Komm Jeder kann zu einer Konsole Banane? Ba Okay Jetzt auf einmal sind die alle in Konsolen Aber okay Blau ist besetzt Rot besetzt Eine ist doch frei Ich merke das auch gerade Dass eine frei ist Aber merkst du nicht erstens Dass es außer Betrieb ist Und zweitens Es steht auf einem gelben Teppich Und das ist eine gelbe Konsole Ich kann es nicht benutzen Ich habe es doch gesagt Hundertmal Ich kann doch einfach nur heute Kein gelb anfassen und berühren Ich kann es Ihr seid einfach nur unglaublich Ihr seid unglaublich, Leute Hier ein Geschenk Äh, ja Das ist sehr lieb von dir Aber das ist Ähm Was ist das? Was ist das für eine Farbe? Ist das? Ist das? Ist das etwa schon wieder gelb? Ich werde hier einfach nur verrückt Ich werde hier einfach nur verrückt Weil ich dich so gern habe Ja, schön Dass du mich gern hast Aber Aber das ist Das ist wieder gelb Ich kann das nicht berühren Ich kann das Kann es einfach nur nicht haben Ich kann es einfach nur nicht haben Sorry, du Kleiner Aber Nee Einfach nie Einfach nie Kann ich nicht Kann ich nicht Kann ich nicht anfassen Warum versteht ihr das einfach nur alle nicht? Okay Lass jetzt zum Kino Ja, wenn das Kino nicht gelb ist Dann natürlich Kann wir fünfmal machen Let's go Abgemacht Okay Sehr vorsichtig Hier nicht das Haus anfassen Nee, nee, nee Gar nicht Auf jeden Fall gar nicht Okay Wir haben jetzt auf jeden Fall einen Pulli Jetzt Ich steige einfach nochmal hier rein Und okay Alles klar Ist in Ordnung Ist auf jeden Fall weiß Wir nehmen ein Auto diesmal Äh Ein Auto Nicht ein Bulli Okay Alles klar Wenn es nicht gelb ist Warte, wenn es nicht gelb ist Dann ist es in Ordnung Oh, das ist pink Ja, okay Das ist in Ordnung Wenn es pink ist, dann ist es okay Dann kann ich auf jeden Fall damit leben Okay Jetzt bin ich einfach nur ein pink Auto Ist alles doch gut Ich war, ich war Oh Was? Das ist ja gelb Ich habe gelb berührt Ich habe gelb berührt Ich habe die Challenge verloren Ich habe wirklich gerade die Challenge verloren Leute Ihr seid einfach nur unmöglich Aber ehrlich gesagt Das ist doch das Beste Jetzt kann ich einfach nur auch ganz in Ordnung Euch einfach mal umarmeln Und eine Banane essen Und auf eine gelbe Konsole spielen Ich kann einfach nur alles mögliche machen Und ja Ich habe auch schon gesagt Vielen Dank.